Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jodl, Krips, und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der andere Steiger war ein Befehl! Der Schütze! Das hier ist Magen, die beiden Befehl zu ihr sein! So weit ist das einfach gekommen. Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das terrestige Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge? Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie jahre auf Militärkennemien zugebracht haben, wurden zu lernen, wie mein Messer da behält! Jahrelang hat das die Firma der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden Tag nur als Wegpicken... Widerstand! Ich habe weggelegt! Es hat der Kult herangetan! Von jahrelang alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich zu verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat gelübter deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zoffen in ihrem eigenen Blut! Sie wird das Zoffen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, dürfen Sie sich der Wald ist! Er jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wieder Gottes ZDF für funk, 2017 bis zum Abenteuer von Turningens heims! Und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 untertitelung des ZDF für funk, 2017 über das Bedeutung des ZDF für funk, 2017 decisiv ein Maurice von Lukas Alles ein wenig dissipiert!